Musik Praise the Lord! Gehen wir zu der Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar im Markus Evangelium. Und zwar im neunten Kapitel. Markus 9 und Vers 24. Markus 9 und Vers 24. Das ist die Geschichte, wo Jesus den mondsüchtigen Jungen heilt. Und wo eine Freisetzung von dieser Krankheit stattfindet. Und wir haben letztes Mal den Teil des Vaters angeschaut, aber noch viel mehr den Teil Jesu. Denn Jesus glaubte in dieser Situation, dass nichts unmöglich ist. Denn Jesus glaubt immer. Und die Reaktion des Vaters in dieser Stelle. Der Vater rief sogleich. Der Vater des Gnaden. Und zwar unter Tränen. Und er sagt zu Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das heisst, der Vater verbindet sich mit dem Glauben, den Jesus hat. Denn Jesus hat Glauben für unsere Heilung. Jesus hat Glauben hier in dieser Situation, dass der mondsüchtige Junge geheilt wird. Und genau das geschah eben auch. Und der Vater, er ist in diesem Kampf. Er sagt, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Und das ist das Wunderbare. Dort, wo wir denken, dort, wo wir denken oder Angst haben, wegen unseres Unglaubens. Dort nimmt uns Jesus an der Hand. Und dort hilft uns Jesus. Preist dem Herrn. Und er lässt uns nicht hängen. Erinnerst du dich, wie Jesus sagte zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre? In Lukas 22 sagt er das. Und zwar ganz gezielt, ganz präzis. Hat er für Petrus gebetet, dass sein Glaube nicht aufhöre? Jesus betet für uns. Jesus betet für uns, dass unser Glaube nicht aufhöre. Und preist dem Herrn. Die Situation, die hier für uns aussieht, wie wenn sie hilflos erscheint, wie wenn sie hoffnungslos erscheint, hat Jesus komplett gewendet. Auf was schauen wir, wenn wir diesen Vers lesen? Auf welchen Teil? Schauen wir auf, ich glaube oder hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Auf welchen Teil schauen wir? Die menschliche Natur, auf was schaut sie zuallererst? Auf was tendiert sie meistens zuerst? Auf das Negative. Okay? Aber weisst du was? Diese zwei Worte, ich glaube, sind grösser als die restlichen 1, 2, 3, 4, 5 Worte, hilft mir loszukommen von meinem Unglauben. Diese zwei Worte, I believe, ich glaube, sie türmen über den Rest des Satzes hier. Lass uns nicht aufs Negative schauen, sondern lass uns immer auch auf das schauen, was wir haben. Hast du gewusst, dass Gott nicht Menschen braucht, die Profis sind oder Menschen, die es am besten können oder diejenigen braucht, die den ersten Rang abgeschlossen haben. Gott braucht immer die Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Und was wir haben und das, was wir bereits besitzen, das stellen wir ihm zur Verfügung. Und Gott wird das nehmen und selbst wenn es wenig ist und er wird das brauchen, was wir ihm zur Verfügung stellen und er wird so viel mehr daraus machen. Halleluja. Also hab keine Angst davor, dass du nur wenig hast. Hab keine Angst davor, dass du nur wenig anzubieten hast oder dass es nicht professionell genug ist oder dass es nicht gut genug wäre. Das, was du hast, genügt für den Herrn. Halleluja. Das, was du hast, bringst du und du bist im Glauben. Halleluja. All der Rest, all das, was du denkst, was du nicht hast, was du nicht kannst, wo du noch nicht gut genug bist, dort wird er uns helfen, uns durchzutragen. Also wir bringen ihm immer das, was wir zur Verfügung haben. Wir geben ihm das, was wir haben. Und auf was schauen wir? Schauen wir auf, ich glaube oder hilft mir loszukommen von meinem Unglauben. Der Weg loszukommen von dem Teil Unglauben, der da ist, ist den Schritt zu machen, das, was wir haben. Der Glaube, der vorhanden ist. Zu sagen, I believe. Ich glaube dir, Herr. Gibt es irgendetwas in deinem Leben, für das du glaubst? Wirklich? Seid ihr hypercharismatisch? Oh, hoffentlich ist es so. Hoffentlich bist du da. Und du sagst, da gibt es Dinge, für die ich glaube. Amen? Yes. Das war die richtige Antwort. Denn, wenn wir hier sitzen, wenn wir hier stehen und sagen, es gibt nichts für das, was ich glaube. Come on. Der Vater sagt, ich glaube. Das ist ein Ausdruck. Halleluja. Das ist ein Ausdruck. Weisst du, was das Grösste ist, an was man glauben kann? An den Glauben Jesu. Den er für dich hat. Jesus glaubt an dich. Amen. Jesus glaubt an dich. Jesus glaubt, dass du es schaffst. Halleluja. Also, wunderbar. Wenn es etwas gibt, für das, was du glaubst. Let's go. Lass uns auf dem aufbauen. Aber du hast ganz sicher auch Zweifel im Kopf. Du hast ganz sicher auch diesen zweiten Teil, der sich immer wieder in deinem Leben hin und her bewegt. Du hast sicher auch diesen Teil. Kommt das zustande, für was ich glaube? Schaffe ich das? Bin ich, wie gesagt, bin ich gut genug? Du bist auch mit diesem zweiten Teil konfrontiert. Okay? Du bist mit diesem zweiten Teil konfrontiert, dieser Zweifel, dieses Hier- und Hergetriebensein. Aber das darf uns nie davon abhalten. Okay? Und das darf uns auch nie Gedanken geben, dass wir nicht im Glauben stehen würden. Hat dieser Mann das Wunder empfangen für seinen Sohn? 100 Prozent. Hat dieser Mann die Antwort empfangen für seinen Sohn? Ist dieser Sohn befreit und freigesetzt worden? Ja. Trotz dieser Antwort. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Trotz, dass beide Seiten da waren. Also, wir haben diese Herausforderung, dieser Challenge ist da. Und was wir heute von hier einen Schritt weiter anschauen werden, okay? Was wir heute einen Schritt weiter anschauen werden, aber wir werden die nächsten paar Mal über dieses Thema Glauben sprechen, ist, was sollen wir glauben? Okay? Was sollen wir glauben? Nun, wenn ich diese Frage stelle, dann hätten wir natürlich einen Haufen Antworten. Denn jemand sagt, ich glaube für meine Heilung. Jemand anderes sagt, ich glaube für meinen Ehemann. Jemand anderes sagt, ich glaube für einen neuen Job. Wie jemand vierter sagt wieder etwas komplett anderes. Für was sollen wir glauben? Grundsätzlich, natürlich gibt es tausend Dinge individuell. Aber wenn wir diese tausend Dinge individuell nehmen, zusammenpacken und die Frage nochmals darüber hängen, was sollen wir glauben, gibt es für jeden Einzelnen am Schluss nur eine Antwort. Denn es gibt für dich und mich schlussendlich nur eine einzige Sache. die wir glauben müssen. Eine einzige Sache. Egal, ob es eine Heilung ist, egal, ob es dein neuer Job ist, egal, ob es dein noch kommender Liebling ist oder Liebste. Okay? Egal, was es ist, am Schluss gibt es eine einzige Sache für jeden. Es ist gar nicht so vielfältig, wie wir denken, ob es uns individuell vielfältig aussehen kann, aber am Schluss glauben wir an eine Sache. Okay? An eine Sache. Und deswegen nehme ich diese Stelle hier als allererste, weil es widerspiegelt genau eben auch in dieser Stelle, was wir nachher anschauen, was diese eine Sache ist. Bevor ich dir diese Antwort gebe, lass uns anschauen, was Jesus sagte. Lass uns anschauen, was Jesus dazu sagte. Was diese eine Sache ist, was wir glauben sollen. Und dazu gehen wir zum Markus Evangelium, zum elften Kapitel. Markus Evangelium 11. Wir lesen den 23. Vers und dann den 24. Vers. Also Markus 11, Vers 23 zuerst. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, heb dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt. Siehst du, er redet hier vom Glauben. Dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Siehst du, diesen letzten Satz hier, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Halte das im Kopf, wird ihm zuteil werden. Und jetzt schaut ihr an, der nächste Vers, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch im Gebet erbittet, glaubt, kannst du mir folgen, belief, alles, was du bittest im Gebet, für alles, was du glaubst. Glaubt, und jetzt kommt die eine Sache und keine weitere mehr. Glaubt, dass ihr es empfangt. That's it. Wie viele Sachen gibt es zu glauben? Eine einzige. One thing. It's simple. Halleluja. Eine Sache. Wir sollen glauben, dass wir empfangen, was immer es auch ist. Ist es dein neuer Job? Glaube, dass du ihn empfangst. Ist es deine Heilung? Glaube, dass du sie empfangst. ist es dein future husband? Dein zukünftiger Ehemann? Ehefrau? Glaube, dass du sie empfängst oder empfangst. Glaube, dass du sie oder es empfängst oder empfangen hast, wie es sogar noch genauer heissen würde. Eine Sache. Jesus sagt, glaubt, dass ihr es empfangt. Und jetzt kommt die Wiederholung vom Vers 23, so wird es euch zuteil werden. Glaube ist einfach. Und schlussendlich ist unser Glaube die empfangende Hand, die von Gott empfängt. Das ist, was Glaube umschrieben bedeutet oder ist. Dein Glaube ist die empfangende Hand, die, was es immer von Gott zu empfangen gibt, nimmt. Die, was es immer von Gott zu erhalten gibt, sich es nimmt. Glaube nimmt es sich. Glaube empfängt es. Und das ist der Glaube Jesu. Der Glaube Jesu ist immer ein empfangender Glaube. So simpel, so einfach. Und wir nehmen es uns im Glauben. Das heisst, wir sagen, danke Jesus. Ich empfange es jetzt. Und in dem Moment ist es das, was wir glauben. That's it. Danke Jesus. Ich empfange es jetzt. Wir nehmen es uns, wir empfangen es. Halleluja. Simpel und einfach. Wir nehmen in Besitz, was Gott uns in Besitz geben möchte. Wir nehmen an, was er uns schenken möchte. Siehst du, man kann es immer wieder zurückbuchstabieren hin zum Fundament unseres Glaubens, zu Jesus Christus selber. so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Er ist gegeben für die gesamte Menschheit. Aber nur Glaube kann das in Besitz nehmen. Nur Glaube nimmt Jesus, empfängt Jesus. Stimmt's? Nichts anderes. In dem Moment, wo wir sagen, ich brauche Jesus nicht, empfängt man Jesus nicht. In dem Moment, wo wir sagen, ich kann leben ohne ihn, nehme ich nicht im Besitz, im Glauben, was Gott gegeben hat. Und so ist es mit jeder anderen Sache, mit allem anderen. Das heisst, mein Glaube empfängt es. Halleluja. Mein Glaube empfängt es. Mein Glaube nimmt es in Besitz. Nun, da wir den Glauben Jesu empfangen haben, das heisst, wir haben die göttliche Art des Glaubens empfangen, das haben wir letztes Mal angeschaut. Du hast nicht irgendeine besondere Art von Glauben empfangen, denn das Neue Testament redet eigentlich vom Glauben des Sohnes Gottes, dass wir seinen Glauben empfangen haben. The faith of Jesus. Im Englischen ist es etwas einfacher zum Ausdrücken. The faith of Jesus. Wir haben den Glauben von Jesus empfangen. Das heisst, wir haben seine Qualität empfangen. His quality. Nicht seine Quantität, also aber seine Qualität haben wir empfangen. Deswegen ist es nicht so, dass wenn man eine Gruppe von Gläubigen zusammen nimmt und man dann sagen würde, du hast diese Art von Glauben, du hast diese Art von Glauben, du hast diese Art von Glauben, dem ist nicht so. Jeder hat denselben. Jeder hat den Glauben Jesu. Viele haben natürlich diesen nie entwickelt oder wenden ihn nicht an oder sind sich auch dessen ja gar nicht bewusst, dass sie den Glauben Jesu haben, weil sie nicht gelehrt wurden darüber, was für einen Glauben das sie haben. Viele Leute wissen nicht einmal, dass sie überhaupt Glauben haben, okay, sondern irgendwie sind sie per Zufall ins Christentum gestolpert. Nun, es war schon Glauben, aber sie sind nicht gelehrt worden, dass sie den Glauben Jesu empfangen haben. An dem Tag, wo sie Ja zu Jesus gesagt haben, hat es einen Herzensaustausch gegeben, hat Jesus ihnen sein Glaube gegeben. Viele sind sich dessen nicht bewusst, sind nicht geschult, sind nicht gelehrt darüber. Damit wir dies verstehen, damit du dieses Thema, dass es praktisch wird in deinem Leben, dass du es anwenden kannst in deinem Leben. Weil Glaube ist etwas Wunderbares, wenn wir darin wandeln. Halleluja. Wenn wir darin gehen und wenn wir alltäglich beginnen, mehr und mehr im Glauben, im Glauben Jesu, in den Fussstapfen, seines Glaubens zu gehen. Denn so ist Jesus gewandelt. Jesus ist gewandelt und er ist nicht einfach ohne Glauben herumgezogen. Man sieht es in seinem Leben. Er ist gewandelt im Glauben. Was für ein wunderbares Leben. Okay? Denn schlussendlich sollte dir dieses Leben Ruhe geben, Sicherheit geben. das ist der Glaube Jesu. gibt uns Sicherheit und er gibt uns Ruhe. Aber zurück zu dem, was ich sagte, dieser Glaube ist ein empfangender Glaube. Er hat uns damit ausgestattet, empfangen zu können. Das ist eine Lüge, wenn du denkst, du kannst nicht von Gott empfangen. Du seist anders gewickelt. Es ist eine Lüge, weil in dem Moment, wo du zu Jesus gekommen bist, hast du seinen Glauben empfangen und das ist immer Receiving Faith. Receiving Faith. Empfangender Glaube. Wir schauen das an anhand eines Beispiels und zwar im Markus Evangelium und zwar im zehnten Kapitel. Lass mich die Stelle schnell anschauen. Markus 10 Wo haben wir es denn hier? Ah, hier taucht es auf. Markus 10 und zwar ab Vers 28 Markus 10 ab Vers 28 Da begann Petrus und sprach zu ihm siehe wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Soeben hat sich der reiche Jüngling von den anderen Jüngern verabschiedet. Erinnerst du dich an die Geschichte des reichen Jünglings? Dass der, der kam und sagte Jesus Jesus ich will mit dir gehen ich will mit dir Wunder tun ich will dort sein wo du bist wo deine Jungs sind kann ich Teil des Teams sein Jesus sagte ja grundsätzlich schon und dann sagte Jesus bevor du das machst geh schnell hin und verkaufe alles was du hast nicht verkaufe gib alles gib alles das wäre ein guter Deal gewesen dann wäre er dabei gewesen gib alles verschenke alles was du hast und dann komm mit uns gib alles auf okay verlass deinen Besitz gib alles auf und wandle mit uns komm mit uns und der Jüngling ist an dem Punkt gescheitert okay das machte er nicht er hat nicht all seinen Besitz all seinen Reichtum verlassen den er hatte um Jesus nachzufolgen weil er dachte er würde all das was er aufgebaut hat verlieren aber hier in den nächsten Versen sehen wir er hätte nicht verloren er hätte so viel dazugewonnen und an dem ist er gescheitert also Petrus und die Jünger sind in dieser Situation sie haben das miterlebt und jetzt stellt Petrus stellt dem Jesus die Frage dass hey wir haben auch alles verlassen und sind dir nachgefolgt und was bedeutet das jetzt für uns und es ist eine sehr interessante Situation denn die Jünger haben ein wenig Angst hier sie bekommen ein wenig den Biber denn die Frage ist sie auch wir von Petrus wir haben dasselbe getan haben alles verlassen sind dir nachgefolgt bedeutet das jetzt dass wir nie mehr etwas haben werden dass wir von jetzt an in Armut wandeln werden bedeutet das dass wir immer unten durch müssen denn sie haben ja gesehen anhand des Beispiels vom reichen Jüngling dass das gar nicht so eine einfache Sache ist und dass sie sich eigentlich erst jetzt bewusst wurden was sie alles aufgegeben haben erst jetzt wurde ihnen das bewusst und jetzt gibt Jesus die Antwort Vers 29 Jesus aber antwortete und sprach er sagt wahrlich ich sage euch es ist niemand der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen nächste Vers der nicht hundertfältig empfängt und jetzt macht er eine sehr interessante Aussage er sagt jetzt in dieser Zeit Häuser Brüder Schwestern Mütter Kinder Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben das ist ganz interessant Jesus beleuchtet beide Perspektiven er sagt jetzt empfängt noch auf dieser Erde ok und das ist kein geistlicher Segen denn Äcker ist kein geistlicher Segen Häuser ist kein geistlicher Segen ok Brüder und Schwestern ist ein geistlicher Segen aber Häuser und Äcker ist harte Währung ist nicht ein geistlicher Segen und er sagt jetzt in dieser Zeit und dann sagt er und in der zukünftigen Weltzeit jetzt kommt der geistliche Segen ewiges Leben also Jesus deckt beide Seiten ab und Jesus erklärt ihnen beide Seiten interessant wäre der Jünger trotzdem mitgegangen er hätte all das nicht verloren er hätte viel mehr dazu gewonnen das jetzige plus das ewige aber was für uns heute Morgen weil es ja ums Thema geht noch viel interessanter ist ist kannst du uns Vers 29 und 30 zusammen zeigen dann sehen wir es sehen wir es noch fast besser wenn wir es zusammensetzen ich sage euch es ist niemand jetzt beginnt er vom verlassen zu reden der verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen und dann Vers 30 der nicht hundertfältig empfängt siehst du das Wort hier empfangen der nicht hundertfältig empfängt sie haben alles verlassen um den glauben willen sie haben alles verlassen diese Jünger weil sie begonnen haben an Jesus zu glauben und jetzt sagt er der nicht hundertfältig empfängt dieses Wort empfangen da sie die alles verlassen haben um des Glaubens willen was lernen sie jetzt sie lernen im Glauben Jesu zu wandeln sie lernen von ihm und jetzt ist dieses Wort empfangen wieder da somit ist es empfangen der Glaube Jesus Jesus hat uns nicht einfach ausgestattet mit einem Glauben der einfach hilflos irgendwo herumschwebt sein Glaube ist empfangen der Glaube Halleluja denn Jesus gibt ihnen das Beispiel Jesus lehrt es ihnen Jesus sagt sogar dass es so sein wird es ist empfangender Glaube alles was ihr bittet im Gebet glaubt dass ihr es empfängt wenn wir nicht empfangen könnten dann könnten wir auch nicht glauben wenn es da nichts zu empfangen gäbe bräuchten wir keinen Glauben come on kein wenn es nichts zu empfangen gibt ist Glaube wertlos come on simple und einfach wenn es da nichts gibt no receiving no faith du brauchst keinen Glauben wenn es nichts zu empfangen gibt come on wer hat Jesus empfangen okay geschah das durch Glauben ja gäbe es keinen Jesus zu empfangen no faith not needed ich weiss ich bin heute etwas langsam aber gib mir Zeit okay denn ich habe heute ja fast zwei Stunden nein 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 aber kannst du sehen kannst du sehen okay machen wir machen wir es ganz einfach einige von euch wurden gerettet weil ihr Angst vor der Hölle hattet wer sagt ja okay sei ehrlich okay sei ehrlich wer kam zu Jesus wegen dieser Angst okay wow okay ja ja okay also das sind mindestens 15 20 Leute und das okay hey super danke für deine Ehrlichkeit okay danke für deine Ehrlichkeit das heisst okay ganz simpel und einfach weil nochmals wenn du das Prinzip nicht verstehst wirst du Glaube wirklich nicht wirklich verstehen Glaube würde nicht benötigt werden wenn es dann nichts zu empfangen gäbe dann bräuchten wir keinen also du hattest Angst vor der Hölle und deswegen bist du zu Jesus gekommen dank sei Gott kommen auch so Menschen zu Jesus ist nicht der ich sage jetzt mal der Ursprungsplan Gottes der Ursprungsplan Gottes ist zeige uns ganz kurz Römer 2 Vers 4 Gottes Güte leitet dich zur Busse okay also nicht die Angst vor etwas aber preis im Herrn der Herr benutzt natürlich und rettet dich aus dieser Angst heraus also egal welcher Weg du zu Jesus gefunden hast Hauptsache du hast ihn gefunden okay aber der Ursprungsplan ist das verachtest du den Reichtum seiner Güte Geduld und Langmut und erkennst nicht dass dich Gottes Güte also es ist nicht die Angst vor der Hölle die uns zur Umkehr leiten sollte die uns in die Arme Jesu treiben sollte sondern es ist die Offenbarung von Gottes Liebe es ist die Offenbarung von Gottes Güte von Gottes Gunst und Gnade die uns in die Arme Jesu treiben sollte ich hörte diese Woche hörte ich mir eine Predigt an und dass solange der Prediger auf dem Thema bleibt ist er gut aber wenn er denkt er müsse über Gnade reden wird er schlecht ok aber solange er auf seinem Thema ist und er hat zu einem bestimmten Thema viel zu sagen dort ist er top quality gut aber immer wieder driftet er ab und er redet über Grace und sorry entweder hat man eine Offenbarung über Grace oder man hat keine und das war seine Aussage er sagt ich brauche nur Gnade wenn ich gesündigt habe das ist aber so denken die meisten Leute Gnade ist da wenn ich in die Büsche gesetzt habe Gnade ist da wenn ich es verbockt habe dann brauchen wir Gnade Freund du brauchst Gnade auch wenn du es nicht verbockt hast denn Gnade ist Gunst ok und ohne Gunst sind wir nirgends ohne Gottes Gunst deswegen die höchste Art von Glauben ist an seine Gunst zu glauben das ist die höchste Art von Glauben denn das bedeutet ich empfange täglich Favor Gottes Gunst Halleluja denn aus dem heraus leben wir wir leben nicht aus Vitamin B wir leben nicht daraus weil wir die besten sind die besten Qualifikationen haben sondern wir leben weil wir begünstigt werden von dem der Gunst erfunden hat wer hat es erfunden nicht Ricola der Allmächtige seine Invention okay Gunst also Gnade ist nicht einfach nur etwas und der Prediger sagte ich brauche dann Gnade wenn ich gesündigt habe natürlich brauchen wir dann auch Grace wir brauchen seine Gnade dann wir brauchen auch seine Barmherzigkeit aber wenn das Gnade auf wenn ich sündige und falsch mache reduzieren würde come on dann würden wir den Schöpfer des Universums reduzieren auf Gott ist fähig Kieselsteine zu schaffen mein Gott ist fähig ein Universum zu schaffen mit allen Planeten Kieselsteine sind das wenigste also Gnade ist nicht einfach Gottes Gunst Gottes Güte ist nicht einfach nur dann da wenn wir es verbockt haben aus dem leben wir heraus das ist unser Atem Halleluja aus dem heraus leben wir und das ist was uns zur Umkehr leitet deswegen sollten wir immer die Güte Gottes predigen wenn Menschen eine Offenbarung von Grace haben dann sollte das zur Umkehr sie leiten und wenn wir jetzt zu Jesus gekommen sind und wir nehmen dieses Beispiel nochmals aus Angst und aus Furcht weil wir wollten verhindern dass wir in die Hölle kommen Dank sei Gott rette Gott aus diesen Ängsten heraus na dann lass mich dich fragen dann bist du zum Glauben gekommen weil du erwartet hast etwas zu empfangen und das ist nicht einfach nur Bewahrung vor der Hölle das ist ewiges Leben gibt es kein ewiges Leben im Glauben zu empfangen bräuchte es kein Glauben denn das ist was wir empfangen das ist was wir erhalten das ist was wir bekommen wenn wir zu Jesus kommen simple und einfach wir empfangen ihn so simpel und einfach ist es siehst du in dem Moment wo eine Person an Jesus glaubt empfängt sie die Person höchst persönlich wäre das nicht so bräuchte es kein Glauben deswegen ist es ein empfangender Glaube und das wunderbare ist was wir gelesen haben vorher ist das hört nicht in der Ewigkeit auf deswegen redet Jesus von der jetzigen Zeit und er redet aber auch von der zukünftigen Zeit das was uns zuallererst bewusst ist wenn wir beginnen zu glauben und wenn wir in den Glauben kommen ist das ewige das wird uns zuerst bewusst alle sind happy dass sie nicht in der Hölle landen sie sind froh deswegen kamen sie zu Jesus sie realisieren ich bin versöhnt mit Gott ich habe ewigen Frieden ich bin in der Ewigkeit Halleluja ich habe eine ewige Behausung empfangen ewiges Leben das ist das allererste was sie realisieren und genau so geht es eben weiter im Leben wir empfangen nicht 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 nur ewiges himmlisches gut wir empfangen durch Glauben auch Irdenes das was Jesus sagte hier auf dieser Erde und in der zukünftigen Welt deswegen ist es ein und dasselbe also wenn wir ewiges Leben empfangen dann können wir auch anderes empfangen und zwar das was jetzt auf dieser Erde wichtig ist für uns und genau das ist der Glaube empfangender Glaube Halleluja und das ist seine Art von Glauben das ist seine Art von Glauben und das ist ganz wichtig dass wir das dass wir das lernen lerne seine Art des Glaubens zu haben du sagst vielleicht ja aber ich brauche nichts ich brauche nichts ich bin happy das ist eine Antwort aus unserem Glauben heraus aber seine Art des Glaubens ist du kannst empfangen mehr und mehr und mehr und sie dieses Geschenk und schau dir das was ich für dich bereitet habe und schau dir das an empfange nimm von mir besitze es nimm in Anspruch nimm es gib es weiter empfange es segne wieder das ist sein Glaube unser Glaube ist ich brauche nichts ist alles okay come on das ist nicht Glaube das ist Selfishness das ist Selbstsucht okay das ist Selbstsucht sein Glaube ist völlig anders nehmt ich schenke euch nehmt damit ihr wieder geben könnt Halleluja so ist er schau mal was er sagt im Matthäus im 10. Kapitel Matthäus 10 Vers 7 und 8 Matthäus 10 Vers 7 und 8 geht aber hin verkündigt und sprecht das reich der himmel ist nahe herbeigekommen heilt kranke reinigt aussätzige weckt tote auf treibt dämonen aus umsonst habt ihr es empfangen und jetzt umsonst gibt es das ist sein Glaube mein Glaube ist ich bin happy ich bin zufrieden alles ist in Ordnung es ist vermessen Gott um etwas zu bitten das der menschliche Glaube aber sein Glaube ist umsonst gebe ich es euch und jetzt umsonst gibt es weiter gibt es weiter umsonst empfang es und empfang es receive it receive it receive it aber dann wenn du es empfängst empfängst jetzt gib es weiter gib es weiter give it on pass it on halleluja wenn es nichts zu empfangen gibt oder gäbe bräuchten wir alle keinen glauben come on denn unser Glaube soll ein Segen sein für die gesamte Menschheit halleluja als der Vater rief ich glaube sagte er ich empfange aber in meinem Kopf sind tausend Zweifel tausend Fragen schiessen mir durch den Kopf aber ja Herr ich empfange es I believe und der Junge wurde an dieser Stelle geheilt und der Mann empfing das Wunder für seinen Sohn für seinen Sohn Gottes Natur ist geben 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 aber er wusste dass du dazu glauben brauchst um es empfangen 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 zu können wenn du noch nie empfangen hast hast du noch nie geglaubt wenn du noch nie empfangen hast you never believed aber preis dem herrn das kann sich von einem moment zum anderen ändern come on das kann sich in einem moment ändern in dem du daste sagst danke jesus ok ok jesus du willst dass ich empfange ok ready that's it das ist was es braucht ok was es nicht braucht ist hier zu sitzen und zu sagen ah das brauchen wir alles nicht ah das ist wohlstandsevangelium und ah das ist das und ah das ist das was es nicht braucht das sind ahs der vater liebt es zu geben und er hat eine äusserst intensive natur und die kann nicht anders als geben überschütten überhäufen wiedergeben denn gott gibt gerne halleluja gott gibt gerne schau das an come on im jakobus im ersten kapitel jakobus erstes kapitel und zwar jakobus 1 vers 5 jakobus 1 vers 5 wenn es aber jemanden oder jemand unter euch mangelt und er benutzt hier weisheit wenn es an jemanden unter euch an etwas mangelt hier in diesem fall ist es wisdom weisheit so erbitte er sie von gott der allen gerne und ohne vorwurf gibt so wird sie ihm gegeben werden wenn du nicht empfangen könntest bräuchtest du nicht zu bitten wenn es nichts zu empfangen gäbe bräuchte es kein bittgebet stimmt also sagt er um dir sogar noch zu versichern gott ist nicht sauer auf dich gott ist nicht gegen dich gott hat nichts gegen dich sagt er sogar noch gott gibt so gerne dass er ohne irgendeinen vorwurf gibt du kannst den grössten blödsinn heute morgen gemacht haben keine vorwürfe von gott weil seine natur ist er gibt gerne siehst du menschen empfangen nicht weil sie fehler gemacht haben oder weil sie in sünden sind menschen empfangen nicht weil sie nicht bitten kommen menschen empfangen nicht nicht weil sie fehler machten oder weil sie in sünde sind menschen empfangen nicht weil sie nicht bitten Denn er sagt, wenn es aber jemand unter euch mangelt, so bitte, bitte er. Unser Problem ist, ich habe es schon x-mal gesagt, unser Problem ist, wir denken, wir haben alle Weisheit. Und wir brauchen gar keine. Wir wissen ja, wie es geht. Unser Problem ist, wir sind uns dessen nicht bewusst, dass wir so sehr Weisheit brauchen. In jeder Situation unseres Lebens. Also, es ist so klar, so wird es ihm gegeben werden. Der nächste Vers, Vers 6. Er bitte aber im... Come on. Er bitte im Glauben, Faith. Weswegen? Im Glauben. Du wirst es gleich sehen. Und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben, hin- und hergeworfen wird. So gut wissen wir, dass wir hier uns auf den Glauben Jesu verlassen können. Okay? Das kommt hier mit hinein. Wenn man zweifelt, dann verlassen wir uns in unseren Zweifeln auf den Glauben Jesu, den er für uns hat. Vers 7. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Siehst du? Ein solcher Mensch denke nicht, dass er vom Herrn etwas empfangen wird. Nun, die meisten Leute, come on, die meisten Leute hängen es hier auf. Siehst du, wenn du zweifelst, empfängst du nicht. Aber wo hat es begonnen? Beim Bitten. Stimmt? Wo ist der Anfang dieser Theologie hier? Wenn jemand Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Okay? Aber ein Mensch, der nicht bittet, soll nicht denken, dass er empfangen wird. Anhand des Beispiels des Vaters wissen wir, dass Glaube funktioniert, selbst wenn Unglaube und Zweifel da ist. Also im Kontext meint Jakobus hier nicht, dass ein paar Zweifel dir alles durch den Fleischwolf zieht und nichts dabei rauskommt. Und all dein Glauben, all deine Gebete nichts nützt. Nein, geh zurück zum Anfang. Wo beginnt das hier? Wenn jemand Weisheit mangelt, der bitte. Und der bitte wie? Im Glauben. Halleluja. Wenn wir nicht bitten, wenn wir nicht glauben, so denke er nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Also gehen wir und schauen wir das ganze Bild an. Zweifel hat jeder von uns. Aber derjenige, der wirklich im Zweifel ist, würde nicht einmal bitten. Come on. Derjenige, der nicht empfängt, der Zweifler, der nicht empfängt, ist derjenige, der so sehr zweifelt, dass er nicht einmal Gott darum bittet. Hier ist nicht die Rede von Menschen, die Gott bitten, die Gott glauben und ab und zu haben sie Gedanken im Kopf. Oh Mann, kommt das zustande? Hat Gott mein Gebet erhört? Das ist nicht, Jakobus redet nicht von diesen Leuten, weil wir haben den Beweis vom Vater des mondsüchtigen Knaben. Dass es sogar funktioniert mit Zweifel im Kopf, stimmt's? Der Zweifler ist derjenige, der nicht einmal von Gott bittet. Er ist so sehr versetzt, so sehr auf Distanz, dass er nicht einmal auf die Idee kommt, Gott bitten zu können. Das ist der Zweifler, von dem er hier spricht. Und zu denen gehören wir nicht. Amen. Zu denen gehören wir nicht. Nein. Sondern wir gehen zurück ins Gebet, wir bitten, wir bitten im Glauben, weil es da etwas zu empfangen gibt. Simpel und einfach. Weil es da etwas zu empfangen gibt. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfange oder empfangen wird. Wow. Also, dieser Glaube ist ein empfangender Glaube. Den hast du. Das ist derjenige, der dir gegeben wurde. Und jetzt macht das den Glaubenden zu was? Zum Besitzer. Der Glaube, Glaubende, ist ein Besitzer. Einer, der die Dinge simpel und einfach besitzt. In diesem Buch, die zwei Arten des Glaubens, schreibt E.W. Kenyon, er sagt, unser Glaube nimmt die Dinge Gottes in Besitz, die von ihm verheissen wurden. Der Gläubige ist ein Besitzer. Und im Englischen gibt es hier ein Wortspiel. Deswegen benutze ich es zuerst in Englisch und dann nachher erkläre ich es in Deutsch. Possess your possessions. Possess your possessions. es ist simpel und einfach. Nimm, was dir gehört, im Besitz. denn du bist ein Besitzender von den Verheissungen Gottes. Jesus sagt, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. das macht dich zum Besitzer seines Lebens. Jesus sagt nicht, wer an mich glaubt, wird irgendwann in den Himmel kommen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, hat, er hat jetzt, gerade jetzt, aktiv, er hat das ewige Leben. Wer an mich glaubt, possess your possessions. Das macht jeden Gläubigen zum Besitzer vom göttlichen Gut. Dasselbe hat auch zu tun mit unseren Berufungen. Gott gibt Gott gibt, Gott schenkt Berufungen. But you have to possess it. Du musst deine Berufung in Besitz nehmen. Sie wird nicht einfach sich manifestieren. You have to take possession over it. Glaube nimmt sich, was Gott einem zur Verfügung stellt. You have to actively possess it. Dein Calling, deine Berufung, das, was Gott für dich bereit hat, possess your possessions. Denn wenn wir es nicht aktiv in Besitz nehmen, dann bleibt es oftmals einfach irgendwo liegen. Und es bleibt herumliegend. Und es wird dann nie geformt, geschaped. Ecken und Kanten werden nie abgeschliffen. Es bleibt oftmals einfach so liegen. Nimm es in Besitz, was Gott dir gegeben hat. Halleluja. That's faith. Und das ist keine Vermessenheit. Das ist das, was ein Glaubender automatisch tut, wenn er empfängt. empfängt. Das ist das, was er automatisch tut. Wenn er es empfängt, nimmt er es in Besitz. Halleluja. Ist es nicht gewaltig? Er nimmt es für sich ganz persönlich. Und weil er das macht, macht das ihn zum Besitzer von Gottes Verheissungen. Wer um mich glaubt, hat. Er hat das ewige Leben. Wenn jemand unter euch an Weisheit mangelt, der bitte Gott. Und es wird ihm gegeben. Du nimmst es in Besitz. Preis dem Herrn. Du nimmst es in Besitz. Schau an. Im Kolosser 4, Vers 17. Possess your possessions. Schau an, was er hier dem Archippus sagt. Habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Possess it. Possess your ministry. Okay? Habe Acht auf den Dienst. Er kann auch nicht Acht haben. Es kann einfach liegen bleiben. Brach liegen. Nicht in seine Blüte kommen. Nicht dort sein, wo es sein sollte. Denn diesen Dienst hat er vom Herrn empfangen. Gott ist ein Geber. Oh boy. Gott gibt, Gott gibt, Gott gibt, Gott gibt, Gott gibt so viel. Und er wusste, dass wenn du es nehmen willst und in Besitz nehmen willst, muss ich mein geliebtes Kind, meinen Sohn und meine Tochter mit demselben Glauben ausstatten, wie mein Sohn Glauben hat. Der Glaube Jesu. Das ist Empfang der Glaube. Was für ein Satz, was für ein Vers. Achte darauf, okay? Alle hier, die in der Grace Family Church in wichtigen Leadership Positionen stehen, Achtet auf eure Dienste. Possess your possessions. Nimm das, wo euch Gott gegeben hat, im Besitz. Lass es nicht einfach brach liegen. Achte auf den Dienst, den du empfangen hast. weil es hat viel damit zu tun, es im Glauben zu tun. Den Dienst, den man hat, im Glauben zu stehen, im Glauben zu dienen. Und dann verhält man sich so als ein Empfangender. Wenn man einen Dienst hat, empfangen, schon vor langer Zeit. Okay? Und ich glaube, niemand hier drin hat einen Zweifel, welchen Dienst ich empfangen habe. Weisst du, weswegen, dass du keinen Zweifel hast? Weil ich nicht hier oben stehe und sage, ich bin nicht sicher, ob ich heute an der Reihe bin. Hat jemand etwas? Nein. I possess my possessions. Come on. Leadership possess your possessions. Lasst euch das nicht rauben von teuflischen Gedanken. Du seist nicht am richtigen Ort, du seist am falschen Platz oder du seist zu viel gesehen. Leadership wird gesehen. Punkt. Und Leadership muss gesehen werden. Wenn es nicht so wäre, würden wir Jesus nicht sehen. Würden wir Paulus nicht sehen, würden wir Moses nicht sehen, würden wir David nicht sehen. Possess your possessions. Halleluja. Amen. Es in Besitz nehmen. Sicher darin sein. Darauf Acht zu haben. Den Dienst zu erfüllen, den vom Herrn empfangen hat. Nicht hin und her ständig. Okay? Und vor allem Leaders, hört auf, euch ständig selber in Frage zu stellen. Das ist der Killer für jede Leadership. Denn jeder Leader stellt sich konstant selbst in Frage. und dann stellt er andere Dinge in Frage. Solche Dinge müssten aufhören. Sondern habe Acht auf den Dienst. Macht das, was dir der Herr gezeigt hat. That's it. Erfüllt. Mission accomplished. Mission accomplished. Vielleicht hat es nicht jedem gepasst. Vielleicht hat es Kritik gegeben, aber wenn der Herr dir etwas gegeben hat, gezeigt hat und du machst das, Amen. Selbst wenn es Kritik gibt. Gott hat uns nie verheissen, dass wenn wir in seinem vollsten Willen wandeln, dass wir frei sind von Kritik. Never ever. Dass wir frei sind von Verfolgung. Nein, dann wenn wir in seinem Willen sind, dann ist es das beste Zeichen. wenn nicht alles rund läuft. Amen. Und alle zufrieden, wenn alle zufrieden sind, bist du nicht mehr im Willen Gottes. Come on! Wenn die ganze Gemeinde zufrieden ist, sind wir nicht mehr im Willen Gottes. Traurig zu sagen, aber so funktionieren heute viele konservative Gemeinden. Alle müssen zufrieden sein. Auf alle müssen wir Rücksicht nehmen. Come on! Wie war es bei der Gemeinde Jesu? Waren alle immer zufrieden? Ha? No! No! Schau immer wieder auf Jesus. Schau immer wieder auf sein Bild. Wie ging es bei ihm im Dienst? Hat er keine Opposition? Hat er keinen Widerstand? Ging alles smooth? Smoothies? Jesus ging nicht umher und machte Selfies? Come on! Da gibt es ein grosses Problem in christlichen Kreisen. Das ist das sogenannte Celebrity Christentum. Okay? Celebrity Christentum. Nichts gegen ein paar Selfies ab und zu. Okay? Nichts gegen ein paar Selfies. Ich selber mache Selfies. Okay? Aber wenn meine Selfies nur noch Glanz und Gloria Selfies sind, dann haben wir ein Problem. Okay? Dann haben wir ein Problem. Wenn es keine Opposition ist, okay, und alles smooth läuft, alles rund, alles gut, come on, an was kann man dann noch wachsen? Sag es mir. An was wächst man ausser Troubles? An was wächst du? Formst du? Shapest du deinen Charakter? Ausser an Problemen, Challenges, Herausforderungen und Big Troubles. Erinnerst du dich, wie Kaleb und Joshua das Land eingenommen haben? Weisst du, was sie sagten, als sie die Riesen sahen? Das ganze Volk Israel sagte, das sind Riesen, das sind Riesen und wir sind Heuschrecken. Das ist das Problem. Zu viele Leute betrachten sich als Heuschrecken. Die sind gross, die fressen uns, die fressen uns und jetzt kommt Hollywood? Nein, lassen wir das für einmal. Lassen wir es für einmal. Das sind Riesen, wir sind Heuschrecken. Okay, du kannst dir selber vorstellen, die Special Effects. Wie das aussehen würde. Ganz Israel hat stand da. Weisst du, was sie sagten? Weisst du, was sie sagten? Sie sagten, die Riesen, die sind in unseren Augen wie Brot. Das, was sie sagten. Das ist Brot. Unsere Speise. Brot zu unserer Speise. Wir verzehren sie. Eu essen wir einfach. Ihr sind Gasse. Das war seine Reaktion. Und wegen Kalib und Joshua gingen sie ins verheissene Land und Gott tadelte den Unglauben seines ganzen Volkes ausser Kalib und Joshua. Aber der Rest war im Unglauben. sie sagten. Das ist unser Land. Wir haben es empfangen. Gott hat zu uns was? Come on. That's the Bible. Stimmt's? Gott hat es uns gegeben. Wir haben es empfangen. Die Parisen dort, das ist Brot für uns. An denen wachsen wir. An denen stärken wir uns. Wir verspeisen sie. Boom, boom, boom. Und wir werden stärker. Die paar Jungs, come on, die sind Gasse. Also, wenn keine Probleme, keine Troubles, an was wächst man dann? Man wächst nicht, weil man Kieselsteine im Leben verschiebt, sondern weil man Berge versetzt. Stimmt's? Kieselsteine verschieben? Come on! Berge versetzen. Halleluja! Come on! wir brauchen eine neue Dosis Faith. Eine neue Dosis neue Injektion Glauben. Deswegen spreche ich das Thema wieder an. Okay? Weil es uns allen gut tut. Weil es uns immer wieder auf den Boden zurückholt. Okay? Es uns immer wieder auf den Boden zurückholt. zum Schluss diese Stelle. Römer 5 Vers 2. Halleluja! Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade. Durch Jesus haben wir im Glauben Zugang erlangt zu der Gnade, in der wir stehen. Unser Glaube ist der Exzess, der Zugang zu Gottes Gnade. Wir können Grace ganz aktiv in Besitz nehmen. Grace ist nicht einfach etwas, das an einem schönen Tag auf uns fällt. Grace muss ergriffen werden. Gnade muss gepackt werden. Gnade muss umarmt werden. Gnade muss aktiv angegangen werden. Halleluja. Und unser Glaube ist dieser Zugang dazu. Halleluja. Deswegen es braucht immer das Paar von Glaube und Gnade. Es braucht immer beide. Weil er sagt, unser Glaube ist der Zugang zur Gnade, in der wir stehen. Hier ist das Interessante, auf der anderen Seite das Traurige dabei. In der wir stehen. Viele Leute stehen in Gunst und haben keine Ahnung davon. Weil sie nicht durch Glauben den Zugang finden zur Gnade. Pastor Erich, wie komme ich unter Gnade? Du stehst schon darin. Jetzt empfange diese im Glauben. Nochmals, da gibt es eine einzige Sache für dich und mich, die wir glauben sollen, dass wir es empfangen haben. That's it. Glaube ist nur eine einzige Sache. Glaube, dass du es empfangen hast. Wir brauchen nur eins zu glauben. Glaube, dass du Gnade empfangen hast. Glaube, dass du Gunst empfangen hast. Glaube, dass du darin schon stehst. Glaube, dass die Gunst schon am wirken wirst durch Glauben, dass Gunst alltäglich ist in deinem Leben. Dass Gott Schritt und Tritt mit dir ist und seine Gunst, wo immer du hingehst, mit dir geht. Receive it. Empfange es. Halleluja. Take it. Und wenn dann ein paar Riesen auftauchen in dieser neuen Woche, weisst es können Computer Riesen sein, es können Meetings Riesen sein, es können Kunden Riesen sein, stimmt's? Es können Arbeitskollegen Riesen sein, okay? Es können alle Arten von Riesen sein. Lass dich nicht entmutigen, sondern wachse daran, okay? Also steh nicht jetzt morgen früh vor deinen Arbeitskollegen und sag ihm, du bist nur Brot für mich. Don't do it, okay? Don't. No. Just bless him. Speak nice. Sprich etwas Gutes über ihn, okay? Aber wisse, 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 das ist eine Situation, um zu wachsen, okay? Und Gottes Gunst wird durch diese Situation in Erscheinung treten. Yes, Amen. Mission accomplished. Halleluja. Alle happy heute Morgen? Darf ich euch bitten? Thank you, Jesus. Was für ein Glauben hast du empfangen? Jesu Glauben? Jesu Art von Glauben? genau. Und das ist, was für eine Art von Glauben? Ein receiving faith. Ganz genau, empfangender Glaube. Was für eine Art Glauben hast du? I have receiving faith. Empfangender Glaube. Halleluja. Deswegen ist nichts unmöglich zu empfangen. Nothing. Nichts ist unmöglich. Halleluja. Und wenn du schwach bist, ist er stark. Wenn dein Glaube zum Fenster rausfliegt, flüstert Jesus dir ins Ohr, aber ich glaube immer noch für dich. Und halte dich einfach ganz nah an mir fest. Amen. Halleluja. Aber habe Glauben an seinen Glauben. nur schon das ist Empfang der Glauben. Amen. Praise the Lord. Lass uns doch aufstehen. Danke Vater. Für diesen wunderbaren Tag, den du gemacht hast. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Halleluja. Freut euch und seid fröhlich darin. Amen. Denn du gehst nicht einfach unausgestattet und unausgerüstet in diese neue Woche hinein. Wisse, dein Glaube ist der Zugang zu seiner wunderbaren Gunst. Jeden Tag. Halleluja. Vater, ich danke dir so sehr, dass jeder Einzelne unter deiner Gunst ist, dass wir darin schon stehen. Und dass diese wunderbare Gunst mehr und mehr sich manifestiert, sichtbar wird, weil wir sie empfangen durch den Glauben, den du uns gegeben hast. Danke, es ist dein Glaube, Jesus. Es ist nicht unser Glaube. müssen wir nicht versuchen, etwas zu glauben, sondern es ist einfach, it's your faith. Es ist dein Glaube, Jesus. Halleluja. Halleluja. Alle Häupte geneigt, Augen geschlossen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte Jesus heute ganz bewusst empfangen, weil du heute verstanden hast, dass du das so simpel und einfach tun kannst, an dem Platz, wo du sitzt. An dem Platz, wo du sitzt, kannst du sagen, ich will Jesus einfach empfangen. Alle Häupte sind geneigt, alle Augen geschlossen, ich bin der Einzige, der im Moment herumschaut. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich habe erkannt, dass ich einfach Jesus empfangen muss, that's it, dann zeig mir doch einfach kurz an mit erhobener Hand. Kurz an mit erhobener Hand, vielen Dank, haben wir sonst noch jemand, vielen Dank, vielen Dank, Halleluja, wir haben mindestens drei Hände, haben wir sonst noch jemand. Zeig mir einfach kurz an mit erhobener Hand, wenn du hier bist und du sagst, ich empfange einfach Jesus und ich weiss nicht, wie ich es machen muss. Vielen Dank, Halleluja, haben wir sonst noch eine Hand? Thank you Jesus. Vielen Dank, habe ich gesehen, die Hand, Halleluja. Haben wir sonst noch mindestens vier oder fünf Hände? Vielen Dank, thank you Jesus. Halleluja, vielen Dank, Halleluja. Thank you Jesus. Jene, die die Hand hochgehalten haben, ich bete für euch gerade jetzt, dieses Gebet, das du empfangen kannst, okay? In dem Moment, wo ich Amen sage, sagst du Jesus, ich empfange dich, Halleluja. Sag es einfach, Jesus, ich empfange dich. Vater, ich danke dir für jeden Einstel, es waren mindestens vier oder fünf Personen, ich habe jeden gesehen, der seine Hand hochgehalten haben. Danke, Vater, dass sie jetzt einfach Jesus empfangen. Halleluja. Und dass sie so simpel und einfach den Glauben, den Jesus ihnen jetzt gibt, einsetzen und so Zugang erhalten zu dieser grossen Gnade. Halleluja. Danke, Bist du ans Kreuz gegangen für sie? Hast du alle ihre Schuld getilgt, alle ihre Sünden ausgelöscht? Bist du für sie gestorben am Kreuz? Hast du dein Blut für sie vergossen? Amen. Und jetzt sag, ich empfange dich, Jesus. Ich empfange dich, Jesus, ich empfange dich. Sei mein Herr. Frau, diejenigen, die ihre Hand nicht gehalten haben, hochgehalten, lass es uns gemeinsam bekennen. Jesus, ich empfange dich. Jesus, ich nehme dich an. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich empfange dich. Ich glaube an dich. Ich rufe wie der Vater. ich glaube. Ich glaube und das bedeutet, ich empfange Jesus. Amen. Halleluja. Das ist einfach gut. Das tut gut, stimmt's? Ich glaube, das bedeutet einfach, ich empfange Jesus. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn, für all die, die die Hand hochgehalten haben, du hast Jesus empfangen, ist deine Herzensentscheidung. Okay? Es ist nicht das, was die Leute über dich denken oder was die Menschen sehen wollen in dir oder in deinem Leben, sondern es ist, was in deinem Herzen passiert ist. Und diese Antwort auf ich will ihn empfangen ist Antwort des Herzens, die genügt, die völlig ausreichend ist. Und es nicht darauf ankommt, was andere erwarten oder andere sehen wollen, sondern deine Antwort, du sagst, ich will das Ausdruck des Herzens, das völlig ausreichend ist. Halleluja. deswegen sei gewiss, dass vom heutigen Tag an ein neues Leben losgeht. Und dass Jesus Christus in deinem Leben realer, realer, vertrauter, vertrauter wird. Und sein wunderbarer, unsichtbarer Freund und Begleiter ab jetzt gibt in deinem Leben. Wo immer du bist, kannst du ihm zuflüstern. Denn dein wunderbarer, unsichtbarer Begleiter ist da, wo du bist. Halleluja. Wo immer wir sind, können wir in unserem Herzen ihm flüstern. Mein wunderbarer, unsichtbarer Freund, danke, dass du da bist. Halleluja. Mein wunderbarer Freund, ich sehe dich zwar nicht, aber du bist da. Amen. Komm an, das würde euch alten Hasen auch etwas gut tun. Hier, die ihr schon lange dabei seid. Amen. Wenn du beginnst zu flüstern, deinem unsichtbaren Freund, wird Glaube steigern, wird Glaube wachsen. Halleluja. Und das allergrösste, das man empfangen kann, ist die ständige Gegenwart deines unsichtbaren Kompagnons. Halleluja. Amen. Das ist das allerhöchste, das wichtigste, das Beste, das du in deinem Leben hier und in der künftigen Welt empfangen kannst. Das Bewusstsein, dass er immer da ist. Halleluja. Egal, ob du mit einer Gruppe von Leuten bist, mit einer Gruppe von Menschen bist, dein unsichtbarer Freund ist mit dabei. Egal, ob du nächste Woche in deinem Sportclub mitspielst, dein unsichtbarer Freund ist mit auf dem Spielfeld. Halleluja. Egal, ob du morgen Abend im Kino sitzt, neben dir sitzt, dein unsichtbarer Freund. Jesus. Halleluja. Egal, was wir machen, er ist von jetzt ab da. Thank you. Thank you, Jesus. Let's sing. Lord, we have loved us. Let's sing. Let's sing. Let's sing. Untertitelung des ZDF, 2020